Die deutsche Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Energiekrise. Die dramatische Lage der hiesigen Betriebe, insbesondere die im Chemiepark Leuner ansässigen, energieintensiven Unternehmen, waren Thema eines Pressegespräches der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau in der Halleschen Georg-Friedrich-Händel-Halle am 28. September. Gesprächspartner für die Presse waren IHK-Präsident Prof. Dr. Steffen Keitel, der Corona-bedingt per Videoschalte teilnahm, IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer der Infra-Leuner GmbH Dr. Christoph Günther sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Thomas Brockmeyer. Nach der Begrüßung durch diesen schilderte Dr. Günther die Situation im Chemiepark Leuner. Zum einen konnte er auf die grandiose Entwicklung und über die kürzliche Investition von über 2 Milliarden Euro reden. Doch betonte er, dass für die Zukunft der Standort vor der größten Herausforderung seit der Wende steht. Grund ist die gewaltige Steigerung der Energiepreise. Konnten im ersten Halbjahr noch rund 30% Gas ohne Produktionseinschränkungen eingespart werden. So werden jetzt zwar 50% eingespart, jedoch bedeutet das auch eine Redaktion der Produktion der Betriebe um die Hälfte. Produkte aus Kunststoff sind unter den Rahmenbedingungen nicht mehr wettbewerbsfähig. Solche aus Asien können inzwischen trotz Transport und sonstiger Nebenkosten 30% günstiger angeboten werden. Dr. Günther bekräftigte, wenn jetzt nicht bald Hilfe erfolgen würde, käme es zu Folgeschäden, die nicht mehr beherrschbar seien. Denn mit der chemischen Industrie fiel ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette aus. Die Probleme liegen im Beihilferecht der EU und in Regelungen des Energiekostendämpfungsgesetzes. Dort seien dringend Anpassungen nötig. Denn aktuell können sein Unternehmen, die Infraleuner GmbH, die zentral die anderen Betriebe mit Energie versorgt als Dienstleister und jene Betriebe, die gasstofflich verwerten, nicht gefördert werden. Dr. Brockmeier betonte, dass ein Gas- bzw. Strompreisdeckel zwar kurzfristig helfen könnte, langfristig aber nicht zu finanzieren sei. Der einzige Weg aus der Krise sei, das Angebot an Energie so weit wie möglich zu erweitern. Das heißt, auf alle Fälle das Weiterbetreiben der Atomkraftwerke so viele Kohlekraftwerke wie möglich nutzen und auch nicht am Kohleausstieg 2038 zu rütteln, sowie die Nutzung einheimischen Erdgases per Fracking und das in umweltschonenden Verfahren, die inzwischen entwickelt wurden. Dass vor dem Hintergrund das ja aktuell teures Fracking-Gas aus der USA importiert würde, das nicht besonders effizient über tausende Kilometer über den Ozean erstmal herangeschafft werden müsse. Insgesamt konnte man den Eindruck mitnehmen, dass die Zeit für die Wirtschaft drängt und endlich politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Bis zum nächsten Mal.